Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Transistor. Beim letzten Mal sind wir im vermutlich letzten Raum, letzten Strandraum des Spiels gewesen. Was leider bedeutet, dass wir nicht alle erwischt haben. Äh, upsie. Und die Chance ist hoch, dass jetzt diese Folge das Finale sein wird. Oh, du redest? Aber hier kommt nochmal ein kleiner Kampf, wenn ich das richtig sehe. Das muss sein, der Ort. Okay, ich möchte... Ich bin Royce, wenn du mich hörst. Ungewöhnliche Struktur drücken, nicht zugeteilt. Alles um uns, schau dir weg. Willkommen, 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 Komm her, komm her, inside my studio, I'm quite unarmed, as you can see, and it's safe in here, relatively safe, yeah, at least for now. Here's the thing, now, if the transistor doesn't go back in its cradle, then why, you and I both, well, we just won't be anything, anymore, in a little while. You, me, and the rest of this town. So, please, don't let my work go to waste. I'm being reasonable. Now, full disclosure, full disclosure here, which is, I am one, positively certain, 100%, that this will work. Which is, transistor plus cradle equals no more process. No funny business, okay? We'll just take it one thing at a time. One topic at a time. Look, if this was, if this was all just some kind of ruse on my part, I mean, how base, why would I lead you all this way? I'll level with you. Yes, I would like it back. I'd very much, if you must know, but you know what? At this point, I would settle for not being wiped out of existence. I would happily settle for that. Okay, so now I'll wait. If you want me to wait, I'll wait. But the process, the process, as you can see, patience isn't one of its virtues. Always busy. Busy, busy, busy. Whenever you're ready, which I hope is going to be soon, but I will say no more. Ich weiß nicht, ob ich wirklich soll. Sollte ich ihm wirklich vertrauen? Kann ich abhauen? Okay, schaut nicht so, als würde mich das Spiel lassen. Gut, dann gehen wir. Versuchen wir es. Ich liebe die Musik. Und ich finde die Musik sehr interessant, sehr funky. Das ist doch nicht das Ende des Spiels, oder? Hier kommt noch was, oder? Schau dir diese Menge an Firewalls an, die er sich aufgebaut hat. Jesus, Maria. Himmel, Herrgott, noch eins. Also der, der wollte wirklich nicht vom Prozess gefunden werden. Aber ich, ich finde das Gebiet schön. Muss ich gestehen. So, noch eine Firewall. Transistor-Basis. So, dann. Du wirst, was du tun musst. Was haben wir zu verlieren? Das ist, warum wir hier sind. Ich kam all das weg für einen Grund. Nein. Ich will nicht. Ich will- Nein. 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 Ich- Nein. Ich- Nein. Ich will nicht Tu mir das nicht an, Spiel Komm schon, wir sind doch Buddies Ich hab dich so doll gelobt Jetzt mach das nicht mit mir, nicht mit mein... Nein Tu das nicht Ne, 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 ne Es muss doch noch einen anderen Weg geben Komm schon, irgendeinen anderen Weg gibt es doch ganz bestimmt Können wir nicht irgendwie eine Kopie vom Transistor erstellen Bestimmt, doch Das muss doch funktionieren Ich möchte nicht Ich weiß, dass du mich hörst Das ist, well, unpleasant So, let's get this over with Was? Was? Ähm Okay Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert Muss ich jetzt doch gegen Royce kämpfen? Gut, gut Gut Ja, naja Das hat er verdient Er hat jetzt alles verdient Er hat verdient Er hat verdient, dass ich ihm jetzt aufs Gesicht haue Dass ich ihn kaputt mache Dass er gelöscht wird Achso, wir haben jetzt auch das hier fertig, ne Ne Ach, wir hatten keinen Kampf mit Das in der Passiven Ähm Dadurch, dass ich davon ausgehe, dass das jetzt der letzte Kampf ist Werde ich das nicht machen So Ähm Gut Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Bounce wirklich gut wäre oder nicht Äh Ich glaube, das ist auf dem Dingens ganz cool Auf dem Flood Das geht Äh, auf dem Breach Na Okay Okay Äh Äh, Gesundheit Okay Okay Ey, ey Was Okay Royce spielt mit dreckigen Karten Ähm Wenn du das möchtest, mein Lieber Dann bringe ich dich um So Stirb Zweite Chance Gesundheit Wie bitte? Äh Was sind das hier für Menschen? Für Personen? Okay Was machst du da? Let's try this then Kann ich da ausweichen? So Doggo Oh Royce, du hast dich mit der falschen Person angelegt Du kriegst da jetzt ordentlich Fuba, mein Freund Aber ordentlich Oh mein Lieber Geh mir nicht auf die Nerven Ich zeig dir, wozu ich wie ich bin Ich zeig dir, was eine Frau drauf hat Er hat jetzt Mask Er hat jetzt Mask Okay Äh, dass du jetzt Mask hast Gefällt mir gar nicht Überlastung Breach Verloren Okay Ähm Dass mir mein Wuffy gestorben ist Finde ich jetzt nicht cool Okay Äh Was auch immer jetzt das war Royce, du Du, mein Freund Hast dir eine Lebensration an An Schmerzen verdient So Äh Bin ich hier sicher? Ich glaube, ich bin hier sicher So ziemlich Nicht hundertprozentig Natürlich Ähm So Okay Das fand ich jetzt nicht nett Äh Kann ich bitte Vielen Dank Wuffy Das ist jetzt deine letzte Chance, ne? Zeit, dass wir das jetzt beenden, mein Freund Zeit, dass ich dir zeige, warum Ich dich nicht mag Und das zurecht Erst nimmst du mir mein Schwert weg Und dann willst du jetzt noch ein Deathmatch mit mir Äh, ich lese nicht deine Gedanken Ich hab mein Pink verloren Äh Okay, das gefällt mir grad nicht Get the transistor But then I've often wondered what it's like in there What it's really like So In a way No matter what I win Ich weiß halt nicht Was er sich da Aktiviert So Eins, zwei, drei Das ist Sein Load, mein ich Zwei, drei, vier Fünf Äh Will ich die einfach mal futtern? Ich futter die einfach mal Vermalte Deid noch eins Das wäre jetzt zu knapp Ah Und jetzt ist dein Ende Auf Wiedersehen, mein Freund Ah Impossible No No, it can't It can't be Gone Please don't be gone Please Don't Ah We got away Red, we got away Now you're here And me And that's it Block Lese, schreib, zugriff Look at this This whole town I guess It's yours now A blank canvas And you still have the brush Better you than the Camerata You still have the brush 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 So where do you want to start? Head back to your place in Hyrise. Fits of Goldmark. Junction Chains. All the drinking joints in the Canals. What are you thinking? Hey. Diese schreibt Zugriff. Oh, look. That's not me. Not anymore. I'm still with you. But I'm not getting out of here. Red? Hey. What are you doing? Wait. Wait, wait, what are you doing? Red? Don't you do it. Don't you dare. Don't do this. Please. If you do this, Red, please don't. Wait. Wait. Red? No, Red. No. No, Red. What did you do? What did you do? No, no, no. No, Red, no. 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 No, no, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und danke an euch, dass ihr mit dabei wart. Untertitelung des ZDF, 2020